Drei tote Frauen in Teheran, zwei in Tripolis, Lübien, wurde nach dem gleichen Muster abgeschlachtet. Ihre Nachbarin war die Nummer 8. Die Kollegen haben gesagt, sie haben was gesehen. Er hat mich gesehen. Wie heißt sie? Özge. Sind sie Türkin? Ist sie Reicherin? Vorstrafen. Drogenbesitz, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir schicken jemanden darin und zeigen, wie sie sich selber schützen können. Der Rani hat dich beliebt, Samir. Das Kaser. Das Jugendamt wird entscheiden, was mit der Kleinen passiert. Wer kümmert sich jetzt? Du bist vorbestraft wegen Drogen. Wirst wegen Kindesentführung gesucht. Das hast du an Kollegen, Nina. Heute, du hast keine Chance mehr, die Ader zu kriegen. Ist das? Das ist wurscht. Der Platz des Weibes ist unter dem Mann bei seinen Kindern. Ich bring dich um. Ich bring dich um.